Zwei Stände Ja, okay, cool. Kommen alle über das Flugzeug. Das war mega fail, das kann ich... ...keinen erzählen wir. Und hier kann der Steffdoss nie gesehen. Durch, durch, durch. Was ist kein Griff? Ich hatte Gegner vor mir. Ich schieße daneben, schieße daneben, die merken noch nicht. Ich schieße daneben, schieße daneben. Oh, Mitte, unten, unten, Mitte. Wenn ich Mitte unter Punkt bei A war, ist natürlich in der Mitte, wo man so gleich runterkommen kann. Ah, das hat jetzt keiner gesehen. Warte mal, stream ist gerade offen. Ich hab dich aufgepasst, ich bin nur geändert. Ich bin nur geändert. Ich bin nur geändert. Schreit... ...Ja das stimmt. Erst hätte ich wissen müssen OOOOH! Oh nein! Oh ne! Oh Gott! Das hat jetzt keiner gesehen! So! Jetzt hab ich's gesehen! Jetzt klipp ich's! Dann mit 7 zufüllen! Ah! Es ist ein Hyper Battle! Oh! Das ist der nicht wieder runtergehauen! Der hat mich ja eben so runtergehauen! Ein anderer nicht! Easy! 7.20, 10 Tote! Butler hauscht! Die Leiche fliegen! 4.5. Der war da! Vorhin hinten links rechts! Schüttchen! Die Hashtag vorstet einfach! Schüttchen for life! Und Toni du machst roten Deko! Ja! Ich bin dafür! Wir kriegen jetzt also die Gegner! Oh genau! Wir sagen wir kriegen jetzt! Toni ist der roten Tote! Da muss doch einer kommen und so ne scheißhafte Nachnamen essen! Ich weiß ja nie! Ich weiß ja die Level! Äh die! Boah! Ich hab mich jetzt wirklich schocken! Hier guck mal! Keller! Keller ist nix! Keller ist kurz! Ich hab' vergessen Nachladen! Da ist die Wanddance! Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte, bitte! Oh, du nattest!